Und moin und herzlich willkommen bei Nachschlag. Ja, diesmal geht es darum, dass Dinge in den Dodger Tools gelandet sind. Es gibt also neue Dodger Tools Module, unter anderem wie ihr jetzt mit Klonzilla Lokal Backups machen könnt. Nochmal kurz so ein bisschen Rückblende, worum geht es bei Klonzilla? Das ist normalerweise so ein Live-Linux-System, was ihr auf einem Boot-Medium habt, einen USB-Stick oder eine DVD. Damit startet ihr einen Rechner, um diesen Rechner halt komplett zu sichern mit allen Festplatten, die dort verbaut sind, sodass ihr das System so, wie es da drin ist, wiederherstellen könnt. Ihr könnt allerdings auch die Software-Klonzilla in einem System, so einem Debian oder Ubuntu, einfach nachinstallieren. Und dann könnt ihr im Hintergrund eben Festplatten oder USB-Sticks oder externe Speichermedien halt sichern, wenn diese nicht gerade in Betrieb sind. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann guckt euch das Video an, was ich dort verlinkt habe in den Folien. Ja, ansonsten gucken wir uns das gleich einmal an. Was sind die Dodger-Tools? Da kommt jetzt so ein kleiner Einspieler und dann geht es eben auch weiter. Für Dinge, die in diesem Video noch kommen werden, brauchen wir die Dodger-Tools. Die Dodger-Tools sind eine, ja, über die Jahre stetig erweiterte Sammlung von Bash-Skripten und Debian-Paketen für, ja, eigentlich alle Linux, insbesondere Ubuntu, Debian, Linux Mint, Nutzer und Administratoren, die ich über verschiedene Jahre mal gemacht habe und wo ich mir einfach mal dachte, das ist praktisch auch für andere. Also ich habe diese einzelnen Skripte, die ich gebaut habe, immer für mich selbst benutzt und zum Teil habe ich die jetzt eben geöffnet und die findet ihr in den Dodger-Tools. Dabei sind zum Beispiel Werkzeuge zum Erstellen von Debian-Paketen und Paketquellen, Skripte zum automatisierten Aktualisieren von Servern, intelligentes Editieren von Dateien, so dass ihr dann sagen könnt, ja, wenn diese Zeile vorhanden ist, dann füge darauf folgend folgendes ein, wenn es noch nicht vorhanden ist und all solche Dinge. Damit das Ganze relativ einfach zu installieren ist, habe ich so ein Skript vorbereitet, was ihr eben runterladen könnt. Die URL steht auch da drin. Das ganze Skript ladet ihr nach TMP zum Beispiel herunter und dann mit Weget könnt ihr es eben über die URL runterladen und dann führt ihr dieses Skript mit Hutrechten aus. Damit werden ein paar Dinge eingerichtet, also der Signaturschlüssel wird importiert, damit auch überprüft wird, dass diese Pakete auch wirklich von mir kommen. Dann wird eine zusätzliche Paketquellenliste angelegt, damit über APT, das Paketverwaltungssystem von Debian und Ubuntu, diese Pakete, die es bei mir in diesem Dodger Tools Repository gibt, auch heruntergeladen werden können. Und das Hauptpaket Dodger Tools wird eben auch gleich noch mit installiert. Es gibt relativ viele einzelne Skripte in meinen Dodger Tools drin. Die nenne ich ja Module. Und je nachdem, welche Module ihr davon benutzen möchtet oder was ich hier auch in diesem Video vorstelle, braucht ihr mehr oder weniger von diesen Abhängigkeiten, die in einem Modul nicht automatisch mit installiert werden. Wenn es in einem Modul zum Beispiel um Audiokompressionen geht, dann wird vielleicht der OCK-Encoder für das Audioformat benötigt. Und wenn ihr dieses Modul ausführt, dann werdet ihr eben darauf hingewiesen, dass dieser OCK-Encoder nicht installiert ist und dass das Skript deswegen nicht ausgeführt werden kann. Und wenn ihr jetzt einfach alles mit installieren wollt, dann macht das über apt-get install-y dodger-tools-install-suggests. Ja, genau. Damit kriegt ihr wirklich alles mit. Da wird eine Menge bei sein, was ihr wahrscheinlich niemals benutzen werdet. Aber dann habt ihr schon mal alles da. Oder ihr probiert die einzelnen Module aus und installiert per Hand halt die Abhängigkeiten. Ja, also es gibt jetzt die Dinge, die ich in dem anderen Video schon mal vorgestellt habe. Das heißt dann eben auch als Zusammenfassung über so ein Dodger-Tools-Modul beziehungsweise mehrere Module, womit ihr halt einen ganzen USB-Stick sichern könnt. Das heißt dann eben Save-Disk. Oder wenn ihr jetzt bloß Partitionen sichern möchtet, dann gibt es hier eben Save-Parts. Die Gegenstücke dazu sind eben Restore-Disk und Restore-Parts. Das Ganze macht euch das Leben vielleicht ein bisschen einfacher, indem ihr jetzt hier einzelne Programme habt, wo diese ganzen Parameter drin schon vorgegeben sind. Ihr braucht euch nicht darum zu kümmern, wie das Ganze funktioniert. Ihr gebt einfach bloß an, wie euer Sicherungsort, neues Verzeichnis wird dort erstellt, sein soll und was ihr sichern möchtet. Und das ist eben für die verschiedenen einfachen Varianten, die ganze Festplatte oder ein USB-Stick komplett sichern. Da gebt ihr eben das Gerät an. Bei einzelnen Partitionen gebt ihr die halt hintereinander an. Und beim Wiederherstellen ist es genau dasselbe. Was ihr jetzt zusätzlich zum Installieren von den Dodger-Tools noch braucht, ist einmal das Programm hier Clonzilla und PIXZ. Das ist eine Parallelversion von dem XZ-Kompressionsprogramm. Das nutzt dann eben alle verfügbaren Kerne in eurem System aus und dann ist das Ganze eben deutlich schneller. Ja, das war es letztendlich auch schon. Dieser Nachschlag ist relativ kurz, finde ich auch ganz gut. Und ja, macht es nach, macht es nicht nach. Viel Spaß beim Sichern, beim Wiederherstellen und ansonsten abonnieren, Glocke drücken und bis dann. Und tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017